Servus zusammen und hallo aus dem wunderschönen Dahab in Ägypten. Wir befinden uns gerade mitten im Kite Camp, hier in der Surfers Lounge und ich muss sagen, dass wir hier schon ein ziemlich dekadentes Leben gerade leben. Neben der Kiteschule, den wir nämlich in den letzten Tagen besucht haben, findet hier auch allerhand anderes Programm statt. Zum Beispiel ist morgen eine Canyon Tour geplant, mehr dazu findet ihr aber auf der Facebook-Seite vom Corvok in Space und auch auf dem YouTube-Kanal. Da kommen nämlich halbwegs relativ regelmäßig Videos online. Wir gehen zum Beispiel auch noch schnorcheln oder verbringen eine Nacht in der Ville Lagoon oder machen noch eine Vadi-Party und das findet ihr hauptsächlich dort alles auf dem Kanal. Wer nicht weiß, was eine Vadi-Party ist, der kann jetzt mal kurz googeln und ich warte kurz. Ja, ok, reicht, weiter geht's. Und zwar zeige ich euch jetzt mal ein bisschen die Surfers Lounge. Neben unseren tollen Wassertieren haben wir auch noch viel mehr. Das hier ist zum Beispiel mein große Platz. Eigentlich wechselt Mira auch nur zwischen Jacuzzi und Bett. Und hier ist die Bedouin-Ecke. Hier wird oft gearbeitet oder hier halten wir auch Workshops ab. Hier unten verschwindet dann ja natürlich irgendwann die Sonne, aber dafür haben wir hier oben eine mega geile Dachterrasse. Horafford , Möte So, das war es mit dem kleinen Einblick hier aus der Surfersong. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir gefällt es wahnsinnig, hier zu sein. Ich will noch die nächsten fünf Monate da haben. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann vergesst nicht, auf die Q-Box-Seite zu gehen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.